Musik Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich eine tropische Bar-Time-Bohle. Zuerst nehmen wir ein bisschen Eis und tun es in unser Hüpfglas. Als nächstes drapieren wir ein paar Früchte. Ein paar Limetten dazu. Muss auch nicht sonderlich schön sein. Es wird eh nachher schön. Und noch ein paar Erdbeeren. Nun folgen 10cl Malibu. Weitere 10cl Gin. Jetzt wird das Ganze mit ein wenig O-Saft ausgefüllt. Dann nehmen wir noch ein bisschen Ananassaft dazu. In das Ganze kommt nun ein Corona. Dafür lege ich den Daumen auf die Flasche. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal. Man schmeckt halt echt diesen Geschmack vom Corona. Also das Bier tut unglaublich viel für den Geschmack. Aber man hat trotzdem noch diesen Kokos-Geschmack vom Malibu. Der Alkoholgehalt bei diesem Drink ist 6 von 10. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.